Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf besten Tipps für Energieeffizienz im Büro. Beginnen wir direkt mit dem ersten Tipp, Verpackungsmaterial einsparen. Wir kennen es alle, egal ob es irgendwelche Briefe sind oder Pakete, egal ob es Büromaterial ist oder irgendwelche Rohstoffe für die Weiterverarbeitung. Die kommen im Regelfall in ausufernden Verpackungsmaterialien und es lohnt sich auf jeden Fall mit seinen Lieferanten darüber zu sprechen, an welchen Stellen hier sehr gut gespart werden können oder ob zumindest sehr gut recycelbare Stoffe verwendet werden. Zweiter Tipp, Licht sparen. Das beginnt beim Nutzungsverhalten der Leute. Es ist draußen schon hell genug, dass man einfach mal die Jalousien aufmachen müsste und schon braucht man das Licht im Büro gar nicht mehr anhaben. Geht weiter mit den Lampen, die eingesetzt sind. Hat man LEDs, die deutlich energiesparender sind? Oder hat man immer noch die alten Halogen-Klü-Lampen, die schlicht und einfach unnötig viel Energie für die gleiche Lichtleistung verbrauchen würden? Es geht weiter mit dem Heizverhalten. Also ist die Heizung immer aufgedreht und ist das Fenster gleichzeitig immer auf, dann ist das nicht unbedingt besonders klug. Hier ist Stoßlüftung angesagt, also die Heizung mal kurz runterdrehen für fünf Minuten, die Fenster richtig aufmachen und danach wieder schließen und die Heizung wieder hochdrehen, ist deutlich sinnvoller nicht nur zur Schimmelvermeidung, sondern auch explizit, um während der Lüftung keine Energie zu verschwenden. Hier schließe ich natürlich auch nochmal das Thema der Dämmung an, wobei man als Mieter in einem größeren Bürogebäude natürlich etwas weniger mitzusprechen hat, aber es kann beginnen bei der Verglasung der Fenster. Eine Doppelverglasung kann auch hier unnötigen Energieverlust vermeiden. Es geht direkt weiter mit der Gerätenutzung. Das ist genauso wie zu Hause. Man braucht die Geräte nicht im Standby laufen lassen. Das ist unnötige Energieverschwendung, nur weil man frühestens nochmal schnell den Maushalger bewegen möchte, damit er wieder loslegen kann. Moderne Rechner sind auch innerhalb von einer halben Minute wieder hochgefahren. Das lohnt sich also nicht, die einfache laufen zu lassen. Das ist unnötige Energieverschwendung. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch hier, alte Geräte, gerade alte Drucker, verbrauchen oft deutlich mehr Energie als es moderne Varianten tun. Und hier kann man durch eine kleine Investition in neuere Geräte durchaus für jedes Jahr laufende Energiekosten in hoher Masse sparen. Und als letzter Tipp schließe ich noch einmal etwas an, was gar nicht so viel mit Energiesparen zu tun hat, sondern eher damit, woher die Energie kommt, die ich jetzt trotzdem noch verbrauche. Also auch als Unternehmen kann ich sehr wohl einen Ökostromanbieter als meinen Versorger wählen und dementsprechend die Energie, die ich jetzt immer noch verbrauche, zumindest aus den richtigen Quellen holen. Auch gerade unter Berücksichtigung, dass fossile Energie in Zukunft durch eine CO2-Steuer durchaus teurer werden wird und deswegen der Atomstrom und der Kohlestrom nicht günstiger sein wird als der Ökostrom. Dementsprechend schon heute die richtige Wahl treffen und den Ökostromanbieter wählen. Das waren die fünf besten Tipps für Energieeffizienz im Büro. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.